Nein, aber jetzt halt da hinten. Ja, aber jetzt halt da hinten. Ich weiß nicht, welche Karre gut ist, muss ich dazu sagen. So, ich bin nichts gelübt, aber das hier war geplant für heute, deswegen, eigentlich wollte ich es nicht streamen, aber ich mache es jetzt trotzdem. Ich muss erstmal wieder reinkommen in das Spiel, ich hoffe, der kriegt das hin. Wenn du es noch schön mal laden würdest. 3, 2, 1, GO! Ich muss erstmal wieder klarkommen, sowas von erstmal wieder klarkommen. 3, 2, 1, GO! Lock and load! hauptsache dennis hat es komplett auf mich abgesehen also schießt man immer tierbonus ich bin tot das ist schön ich hab bin einfach nicht mehr drin ich möchte eine andere sicht sehen will ich das irgendwie damit steuern nur lecks verursachen interessant ja ja Oh no. You think that hurts me? der katholik text anfassen Aber wie hört das denn schon aus? Schießt Schießt Das ist eine Jessica Ich nehme oder Simon schießt auf die Ich nehme meine Jessica Simon ist auf der Kto Dennis ist jetzt hinter... Also hinter... Denn es ist so geübt in diesem Spiel, das ist der Wahnsinn. K.E. gegen Neu-Speeder. Ach, warum... Man hat's gesehen und er ist trotzdem reingefahren. Na klar! Kurz mal gucken, die Grafik passt noch. Nein! Alter, hör doch auf! Jedes Mal will ich irgendwie auf Zurückklicken oder so'n Shit. Ist der Server eigentlich mit oder ohne DLCs? Wer weiß das schon? Ich weiß nicht, was Phase ist... Wenn du schon... Alter, ruckel doch noch mehr Spiel. Warum ruckelst du? So... Nimm aber nicht kurz einen See, ist er weg! Ja, klar! Ich hab ihn nicht gerammt... Mal einfach im Rohr... Maaaannnn! Wieso ramme ich denn meinen anstatt den blauen? Da war ich gegen den Rund. Da hat's geruckelt! Ich weiß nicht warum ich ruckel habe, Leute. Aaaaah! Wo zum F*****! Wo zum F*****! Alter, alter! Das ist doch! Ich hab's tot. Alter! Weck weis! ich muss die erstmal wieder finden, ne map auf diesem riesen areal wäre schon geil ja, ich fahr gegen den Baum, äh, gegen das Haus, als gegen Dennis, klar, wer kennt's denn nicht, so macht man das und nochmal gegen das Haus, anstatt gegen irgendwie, na klar ja, jetzt haben sie es auf mich komplett abgesehen, würde komm ich denn auch wieder runter, ok ach mann, nicht gegen mein Team, dieser hier, nicht Team, Kamera, Teamate, 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 ach warum fährst du mir in die Presse das ist ein Witz, ey, wirklich nein, ach, leck mich doch am allerwertesten warum ist meiner gegen nicht geboren, hier, kennst du, ne, wie das ist, schön warum ich fahr da nicht mehr lang Alter, anstatt dass ich gegnerin, ist der roten Roter von mir musste wieder in meine Fresse fahren das ist ein Witz, aahhh ich fahr natürlich immer gegen meinen ok z Alter, Null, okay. Habe ich übrigens gesehen. Nur weil der... Ich habe nicht wirklich berührt, ne? Oh Mann, hallo! Mist, Fisch von Teammates. Alter, diese Teammates. Das ist jedes Mal vor einem. Das ist so ein Witz. Ja klar, jetzt haben sie es auf mich. Boah, meine Hütte! Hau die! Scheiß die Wand an! Kann man denn nur so frei? Ich kann mir jetzt klären, dass ich nicht lange mitmache. Vielleicht auch noch die Elf Raids, also ich habe noch keine Ahnung. Okay. Ich dachte, das war sein Lieblingsmodus. Zumindest das erste Mal jetzt mal wieder, dass ich mit den IP-Launch was mache, ohne dass ich mit einem von denen im Voice bin. Weil irgendwie sind nicht alle Spiele möchten, die gerne per Voice haben. Ich frage mich nur, wie lange das jetzt mit dem Wart aufs Spiel dann noch dauern soll. Dies und mehr sehen wir vielleicht nach diesem schönen Schwaz- Ah, geht doch! Hier oben ist natürlich keine Sau, wie er jetzt auch anders erwartet. ... ... Oh, es ist eine Sache! ... ... ... ... ... ... ... ich dachte den raum nicht mal weg was man kann auch hier unten ist irgendwie ein entwickler unterzukommen wieso fahren die roten eigentlich immer in meine fresse ich habe es nicht verstanden alter ich werde sie gerade komplett geblockt ich will den netten ist waren roter der mich wieder mal schön geblockt hat ich weiß nicht wo ich hin muss das ist das problem ja lan weiter driften dann weiß gar nicht ob man im spiel driften kann aber heißbar alter verpiss dich roter danke ich brauche den da wo ist meine der ist aber auch gut voll man ist auch immer das gleiche hat den also die haben es aber auch ich habe gesehen warum habt ihr es auch nicht abgesehen was soll das alter diese drecksroten diese drecksroten kais ich hasse sie wo das mich raten denn es liebt noch das ist und wie kann man bitte punkte setzen wie ich mit dem punkt dafür ja nicht mal und raten ist und power setzt sich jedes mal wo muss ich denn dafür hin ich habe keine ahnung wo ist der punkt dafür wo ist der punkt ich war jetzt schon oben ich war unten ich habe keine ahnung wo der punkt dafür wo der punkt oh guck mal hier kennst du das so fühlt sich das an also ich möchte auch richtig fahren ich habe ihn nicht down gekriegt ich habe ihn nicht down gekriegt oh cool hauptsache wenigstens die anderen wissen wo man scoren muss ich habe nämlich keine ahnung davon meine fresse hör doch auf also was schaffe ich ja meistens meine teammates zu haben weil sie mir im weg sind ich habe mir im weg sind ich habe mich warte, nein, nein, ja, nein, doch, nein, doch, nein, okay. So läuft das. So kann man fahren, oder? So, ich muss hier weiter runter. Jetzt höre ich ja nicht unten, denn es... Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Faf, 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 faf! Oh, ich hab dich vor. Ja, ich hab dich. na klar und spark wie geht's so wenn ich das noch freuen der fahrt wieder grundsätzliche natürlich meine team aber bevor ich jetzt denis kicke bin ich k.o. da kann ich hier schon ein siegel drauf geben ja dann schmeckt doch was da hier hast du mal wenn du mich dann auch rammst ich weiß nicht wie man wo man hätte abgeben ich weiß nicht wo man hätte abgeben das wollen wir einfach nicht in den kopf mal meine karte ist gerade ganz schön am arbeiten da ich sowohl aufnehmer als auch streamen gleichzeitig ja ok eine arme grafikkarte out now dlc viertelmetzl ja gut schön ich wollte feste explodieren vorsicht wirklich ich dachte sie um die kosen einen die kof die kof ist 3, 2, 1, GO! You are in Red Team. First wave. First wave. Ach Gottchen. Let's come down another one. Ich muss erstmal gucken, wo ich jetzt gleich auffüllen muss. Vielleicht da wo. Let's come down another one. Second wave. This was all I managed. Come out of the brake list. Dammit. Hallo? Twitch ist tot. Wenn down, dann down, dann habe ich das richtig verstanden. Wo sind denn hier die Leute? Oh, es ist ja eine Scratch. Woe, woe, woe! Das war's. Fuck, was ist das los? Alter, irgendwas macht mir ganz schön viel Schaden Grein so problem ist gegen dennis anzukommen das klappt halt nicht, ne? das ist aber ohne Rudi nicht die 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 Oops. How have this really heard? I don't know. Alter! Das, da konnte ich ja so viel machen. Nämlich gar nichts. Das hat er jetzt Stunden fürs Schreiben gebraucht. 3, 2, 1, GO! You are in Red Team. Red Team has the flag. Blue Team has the flag. Blue Team takes the lead. Blue Team scores. 1, 2, 1, GO! Red Team has the flag. Here, you will have some of this. Natürlich, man hat's gebraucht. Bestimmt, weil ich live bin. Nein, Spaß. Natürlich hat er uns nicht mehr gesehen. Ich stand einfach in einem Scheiß-Pose. Ich will dir mich verarschen. Red Team has the flag. Blue Team has the flag. Alter, hör mit deinem Scheiß-Geschütz auf, Leruti. Ich kann ja nix machen. Immer wieder, wenn ich die Seele nicht droht. Blue Team scores. Blue Team dominating. Go! You have the flag. Aber es ist natürlich, wer hat mich typischerweise wieder umgebracht? Was? Immer derselbe. Der mich die ganze Zeit schon umgebringt. Red Team has the flag. Da ist ne Wand! Red Team has the flag. Alter, ist es immer der Rotteam! Blue Team has the flag. Warum? Ich will den nicht mehr. Kann der bitte wieder gehen? there. Blue Team scores. Five flags remain. I got this car, it has my armor. You're dead. Red Team has the flag. ich hasse diesen Kerl! ich hasse diesen Kerl! ein wunder ich verrecke weil ich auch immer nur eine dieselbe beschissene waffe kriege endlich noch eine waffe die auch mir gefallen könnte so laut, doch so fern! und nein! ich krieg immer nur die schrotze! immer wieder! das ganze was wieder eingesammelt hab, weil es muss so! ich bin eigentlich der... kümmert sich mal einer da drum! jajaja not with me ja so! not with me ich weiß nicht wohin! ich weiß grad nicht wohin! ich weiß grad nicht mehr wohin! ich weiß nicht mehr wohin mit der flagge gerade! deswegen fahr ich grad geduldihaft nur hier rum! ich muss doch erst mal! ich brauche dich! ich frageおっажу was sie du kriegst ich kenne sie sie ich nutzte hinterher Und wo ist es? Ja, damit haben sie sie rot gewonnen. Als ich losfahren wollte, Richtung Flagge, habe ich mich aber nicht bewegen können. Warum auch immer bewegen, wofür denn auch? Wow. Wow. Köh, köh, köh. Das ist langkantig. War es so schon länger, denn Stream hat es geplant. Ja. Ja, du bist in der Team. I'm crying. Alter, hallo, 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 hallo. Was hab ich für ne Kurvenlage, witzig, Leute. Nein. 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 Das gibt's all my money. yo was zum klar und nein hier ist eine wand ich muss jetzt einfach mal alter hört doch auf ich will doch nur fahre best yo danke für den rotglas spiel ich weiß nicht warum das danke ich weiß nicht wie dumm muss man denn es steht hier auf karo ernsthaft ich kotze ich kotze so im strahl ich kotze so im strahl ich habe also ich nehme alles mit alles was nur geht das muss ich nicht verstehen warum ist er jetzt abwesen soll der scheiß gerade doch jetzt bewegt er sich ich habe zum preis du hängst ne runde hinterher Ich war ja vorne und dann musste ich mich hier drehen, dort gegenfahren, da drehen, dort gegen eine Wand fahren und alles. Mich kotzt das gerade ein bisschen an. Oh, das ist gut. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Musik Na also... Wiederholt sich das liegt gerade im Hintergrund? Ich glaube... So... Ja... Damit fangen wir ja schon mal an. Ich bin dann ganz hinten, wo man hingehört. Wow, das Rahmen hat ja effektiv nichts gebracht. Ich darf wieder nichts überholen. Oh, es gibt Waffe. Schön zu wissen. Ich habe nämlich noch keinen gesehen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Mann! Ich war ja zu weit vorne, ne? Okay, land for a little bit. Ja klar, warum auch nicht? Damit bin ich hinten. Passt. Ich muss noch mal einen Unfall machen. Ja, so geht's auch. Bin ich jetzt hinten? Jetzt bin ich hinten. So gehört sich's. Jaaa! Cool! Mach mal! Mach mal! Ich weiß nicht, was meine Lustgartenbrüßchen vergeht. Alter, geh mir aus meinem... Fahrfeld! Diese... Dumme! Drecks! Die scheiß KI kotzt mich gerade an. Entspannung! Mmh?! Danke? Aber warum auch nicht? das ist frustrierend das ist so frustrierend die ganze Zeit wir sind das schlechteste Team warum auch immer 3, 2, 1 go 3, 2, 2, 1 3, 2, 1 Wir haben ein kleines Beinem. Nein! Tja, ich werde gerammt. Auf wen wird nur geschossen? Ich darf wieder nichts sehen. Das ist für mich gestorben. Alter, hat meine Fress! Ich hasse diese KI! Ich kann da nicht... Jedes Mal, wenn ich schon vorbei wollte. Aber nein, die kann die verarschen dazu nicht ein! Wie kann so ein Spieleentwickler eine Sonne-Karten entwickeln? Wie kann man so eine KI entwickeln? Wie? Eine KI! Die ist auf Team-Mates! Fickt! Wirklich! Das kann doch nicht der noch! Jetzt hat er das gleiche von ihm. Aber Ravage stimmt das sowieso. Kann nicht machen, was ich möchte. Oder jetzt wird es sterben! Wir haben das unpärste Team überhaupt. Zwei Stronger gegen zwei Schwache. Zwei Stronger gegen zwei Schwache. Das ist so traurig, dass man das hier trisst. So traurig! Denn es ist so traurig! Und da sucked ich mitden, wann ich glaube. Weilen sie da wegweilen... Weil man startet zu binary! Bye! Wer denkt, aber gerne mehr dürfen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 No deal! You're fired! Blue Team dominating! Ow! Ow! Blue Team dominating! This is right now, Hasta la vista, BB! This is right now, it belongs to me! I'm sure you're fired! Blue Team dominating! Nein, warum nicht mehr gegen die Wand? Da brauche ich gar nichts zu suchen. Natürlich fahre ich erstmal gegen die Wand, warum los? 4 Kills Remain 3 Kills Remain 2 Kills Remain 5 Minutes Remain 3 Team Dominated 1 Kills Remains Mine Kill Command Staff is Owie! Killing Spree Owie! They're first! Blue Team wins letzte Mal 3 за Tamban 3 8 Chu Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Ich habe das Gefühl, es ist gut zu sehen. Störbe? 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 The base is under attack. Shit! Shit! Ich habe eine Migraine. immer wenn ich rückwärts war Wie stark bin ich bitte kaputt? Ich bin ein Wettbewerb, aber ich bin ein Wettbewerb. Da oben steht Backblur, oder was? Wow! Bigfischer! Bigfischer sind sie! heute drehen das spiel sagte die 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 Basis ist stark verabschiedet. Die Basis ist wirklich verabschiedet. Die Basis ist wirklich verabschiedet. Ich habe aber mein Bestes versucht. Eigentlich. Und auch das Lied. Und dann war die Zeit durch. Na klar. Scheiben waren mir dann doch wohl unterbunden. Julius, danke für deinen Haust. Du warst auch live, ne? Ich hoffe, wenn ja, dann passt der nächste Satz mit dem Satz, ich hoffe, dort ist ein angenehmer Stream. Du warst auch bestimmt alleine unterwegs, weil keiner mitfahren war. Du bist halt auch kein Fortnite oder so. So, komm, weg, weg, weg. Drei und halb Stunden, dann fragt man nicht, wie lange ich gerade live bin. Danke. Festkontor? Du hast ja alle von dem System? Verdammt, okay. Blaze, 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 blaze. Wirklich, blaze, 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 blaze. Oh, ja, blaze, blaze, blaze. Nämont بال Leyaitl. Ach, na klar, warum auch nicht? Ja, wirklich so alles auf einen Impact. die schreiben auch teuer, aber nur denk ich mal derzeit für dich richtig das ist auch von ok, what the heck, das ist ja auch von in Ordnung, was sagen wird man so komm her du da wow, wäre vorsichtig, ich muss fahrn, Alter, die Jungs, kann aber auch nicht, klar, weil ich die Flagge habe, ne aber ich habe null Ahnung von sowas, ich weiß nicht, was das bringt, was da oder irgendwas da habe ich null Ahnung von, muss ich sagen, deswegen sag mal, ich hoffe, man versteht mich noch, das Spiel kommt mir gerade so vor, als wäre das hier schweine laut wie kommt das Spiel so laut vor, ich verweckt die ganze Zeit irgendwie nur wie du musst pennen ich habe ihn mal fast down gekriegt, ne, möchte ich mal sagen, und dir mal eine gute Nacht und so vielleicht hört man sich ja irgendwann mal wieder ja er weiß, wie man das sagt, aber ich bin nicht doof Alter, Dennis, der hat es aber auch richtig auf mich abgesehen gehabt man danke hat mir gut hier wieder keine ahnung was für eine waffe und killt einen mit ein oder zwei Erschossen direkt? Gravage macht doppelten Schaden Mir tut man alle noch nicht Hab ich gerade ganz oft weggezogen beim Schießen Meine Güte Jedes Mal das gleiche mit dem eigenen Teammate Immer das eigene Teammate Blockt ein Warte mal, ich fahr mal kurz in den Gesicht fällt Jetzt das und dann ist der Tod Schattel Die Looster Bloober 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 Lager Ja gut, mir wird nicht erlaubt zu sehen, wer mich gekillt hat, weil ich direkt ne Bremskrater in die Fresse bekommen hab. Och klar, natürlich. Ja komm, komm weg mit! So, erstmal reparieren. Ja. 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 ich bin die wild rumgefahren natürlich hat er ein Schortschild ja schön sollen sie sich doch keine ahnung kannst du mal verpieseln dich das ist so unfair ich habe gerade jemand mit ihm die Flagge geschossen ja ich durfte nicht ich musste immer dran vorbeischießen weil ist geil auch katschern hier mit offiziell hasse ich gaslas ich hasse dieses spiel abgrundtief auch